hallöchen meine sehr verehrten zuschauer liebe freunde ich bin es wieder euer pro gamer ich lade euch herzlich ein zu einem neuen video auf meinen kanal es ist sonntag und wir spielen rocket league so ich habe mein auto mal ein bisschen aufgemotzt hier mit neuen reifen neues modell blitze und so weiter okay ich gehe mal kurz auf spielen zwanglos standard drei gegen drei und die suche läuft liebe zuschauer liebe freunde geht noch mal ganz lässig auf klo danach in die küche holt euch den ein oder anderen snack und dann kann es schon losgehen oh tor scheiße 0 3 scheiße okay ab geht's anschnallen das verlieren wir vermutlich wo ist der ball da wo ist er keine ahnung ich wollte ihn doch mal ein bisschen weghauen wo ist er da habe ich nicht hingekriegt tor schön meine vorlage oh scheiße ja man habe ich nicht hingekriegt scheiße naja gut war eine gute vorlage für den anderen sehr schön anschnallen wo ist er da ist er zack vorlage nein wo ist er da warte oh scheiße ich brauche die turm wir dürfen keinen turm mehr kriegen ne ah wo ist er warte da warte mal wartet warte 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 ah miss wo ist der ball da ich brauche nitro nein oh schön schön weggehauen wo ist er da miss oh da habe ich nitro nein natürlich nicht geh da rein jawohl oh ich muss mir nitro holen ich habe keinen nitro er hatte nitro aber das war ein eigentor glaube ich ne na ist egal so anschnallen nitro ah miss schade ich dachte ich kriege ihn und geht er rein oh man scheiße ein bisschen Zeit haben wir ja noch eine Minute 22 oh er geht nicht rein ne nee oh da habe ich ja Mist gebaut ne Tor Captain Braddock jawohl ja zack so wir haben noch ja 3 zu 4 anschnallen no wo ist der ball hab ich nitro nein scheiße zack pass auf wo ist er jawohl geht er rein nein 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 oh man Fotze das geht das geht anschnallen ah schade ist mir einer dazwischen gekommen wo ist der ball da nein Tor schön meine Vorlage jawohl ja ja schön jetzt gucken wir mal jetzt gucken wir mal wir haben noch 40 Sekunden 41 ah Mist wo ist der ball da pass auf ah Mist wo ist er ne nein diese scheiße dieser Bastard echt ey das schaffen wir nicht mehr glaube ich mal fest und quert ne Joa AH MANN Krieg ich den Scheiß Ball Ne schaffte nicht mehr Hab's vergessen Ja Ne Scheiße Ja OH MAANN Dieser Bastard Scheißfotze echt Naja gut kann man nichts machen So ich geh mal auf bereit Aber so schlecht ist unsere Mannschaft gar nicht Oh dieser Preiklar ist abgehauen Das ist geil Der hat nämlich soviel Tore gemacht Ähm Ja gucken wir mal Hoffentlich ist dieser Naja ist egal Ich weiß nicht genau wer jetzt gut ist und wer nicht so gut Aber Ne egal Wir gucken mal Geht er rein? Schön Tor 1-0 1-0 2-0 1-0 2-0 3-0 3-0 Ah schade Hier ist der Ball Hier war die Toren Das 1-0 3-0 1-0 2-0 3-0 2-0 2-0 2-0 3-0 3-0 3-0 4-0 4-0 Warte, ah scheiße, ah miss, ich krieg den eh, warte, tue, schön, 2-0, weil den wollte ich eigentlich reinhauen, das wär auch meiner gewesen, aber hat sich da reingedrängt, die Fonze. Naja, egal, gut, ah schade, so, wo ist er, da, ah scheiße, geht er auch noch rein oder was, oh man, ich konnte den da irgendwie nicht rausholen, guck mal, ich konnte den nicht rausholen, scheiße, Nee, ich bin daran vorbeigefahren, ich idiot, oh, geht er rein, oh scheiß, Fotsche, miss, holt ihr ihn da raus? Oh man, ich war nicht gut, ah nee, hab ich, das lief nicht voll, ja. 2 zu 2 Kann man nichts machen, nein. Oh man, oh man, ihr scheiß Fotzen. Oh man, das war knapp, ja, ja, schön, hab ich nix wo? Ah man, immer, kommt ein anderer Spieler und knallt mich an, ja, scheiße. Ich hab mir erst mal nie vor, oh, Alter, du, Alter, ja, ich hab den weggehauen, ja. Oh, Alter, du kommst da nicht durch, du wärst immer nur angeknallt, ja. Wie hat die Fotze denn das schon wieder hingekriegt? Ach man. Immer am Rand und die scheiße. Äh. 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 Spielt die Sauern noch Torwart? Ja. Äh. Äh. Geht da auch noch rein. Ich geb das da ja auf hier. Nein, nein, nein. Oh man. Ich komm sowieso nicht an den Vial an, das hat zu vergessen. No. No. Jetzt. Jawoll! Fett! 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 So, wir haben noch knapp zwei Minuten, das sollte reichen. Um zu gewinnen. Ah, Mist! Wo ist der Ball? Ja. Da. Wo ist der Ball? Da. Hab ich nicht? Oh ja. Ah, Mist! Blöde Fotze! Ah, scheiße. Boah, ich dachte schon, ich hau den Ball da rein. Wo ist der Ball jetzt? Da. Oh man. Ja, weg damit. Ah ja, geht er rein. Warte mal. Jawoll! Doe! Get ready! Ausgleich! So, ich hoffe, dass er, dass die anderen sich auch nochmal ein bisschen anstrengt. Jawoll! Nein, so! Tor! Cap Reddock, jawoll ja! Fett! Fett! Guck mal, ich dachte schon, der macht wieder einen auf Torwart. Die Sau. So. Anschnallen. Oh, schade. Also, was macht er denn da für eine Scheiße? Oh. Oh, Scheiße. Was macht er da wieder ein Tor, die Sau? Na ja, kann man nicht so machen. So. Fünf beide. Ach, Scheiße. Ich guck mal, wann wird schon mal man die Tor? Jawoll ja. Und dann, wo ist er? Da. Oh nein! Was mach ich denn? Fahre ich da dran vorbei! Oh, Scheiße. Oh, Mann. Weg mit der Pulle. Oh, Mann. Nein! Nein! Diese scheiß Fotze, Alter. Du bist ja so. Bis ich da bin, ist Weihnachten. Noch nicht mal Ostern. Weihnachten. Das war's. Geht da rein? Ne, ne? Ne. Tor! Ja! Boah! Alter! Sechs beide. Jetzt Golden Gold! Ach, schade! Wo ist der Ball? Wo ist er? Hä? Hä? Achso! Verlängerung! Ach, scheiße! Da ist er! Oh man, immer wieder zu hoch! Ja! Weg damit! In Richtung Tor! Nein! Oh nein! Jawohl! Nein! Oh man! Nein! 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 Ach, scheiße! Ich konnte nichts machen, Alter! Nee! Sorry! Ich konnte nichts machen! Was ist eigentlich mit meinen beiden Mitspielern? Schade, ja! Kann man nichts machen! Oh, guck mal! 661 Punkte hab ich! Vier Tore! Alter! War aber ein geiles Spiel, muss ich zugeben! Also, das war ein richtig geiles Spiel! Obwohl wir verloren haben! Ja! Okay! Ich geh mal auf bereit! Jo! Okay! Mann! Das war heftig! Ja! So, was gibt's Neues, meine Freunde? Noch eine Woche, dann gibt's Kohle! Ja! Wir arbeiten jetzt Samstag nicht mehr! Nur noch von Montags bis Freitags! Einen Glück! Ja! Wo ist der Ball? Ja! Ah, schade! Ich komme in die Tore! Wo ist der Ball da? Erstmal in die Ecke! Hau! Aber ich will den ja nicht in Richtung Tor schießen! Das ist auch schade! Oh, was mache ich denn? Oh! Scheiße! Aber das mache ich nicht nochmal wieder, dass ich den in die Ecke spiele! Das ist scheiße! Ja! Ja! Das ist scheiße! Ah, schade! Ja, da... Ich habe ihn auch scheiße getroffen! Aber selbst wenn ich ihn gut getroffen hätte... Hätte derjenige... Oh, Mann! Ich wollte ihn raushauen! Scheiße! Ja! 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 Schade! Warte mal! Ja! Und jetzt! Ja! 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 Ne! Ich kann die Pro mehr. Scheiße, ne, das ist der Ball weg. Da, Mann. Die Pro! Ich muss ein bisschen aufhalten. Jawohl. Ah, scheiße. Hä, wo ist denn der jetzt schon wieder? Mann. Ah, schön. Warte. Ah, Mist. Tor, jawohl. Schön. Ja. Wir haben ja noch genug Zeit. Wir haben noch drei Minuten. Über drei Minuten. Bis ich da bin, ist echt. Was weiß ich. Sack Nimmerleins da. Oh, ich hab keine Tour. Naja. Scheiße. Naja. Tor! Chur! Schön. 2-2. Oh, das letzte Spiel hat mich ein bisschen... Oh, mitgenommen irgendwie. Wow. Ja. So. Na, schade. Oh, jetzt geht auch noch rein. Ach, aber fast. Warte mal. doch von an die decke aber zu leider ok ist der Oh, man. Schön. Schön. Alter, knallt er mich weg. Nein, der wär reingegangen. Hast du das gesehen? Der wär reingegangen. Wegen der Bande. Oh, man. Irgendeine Fotze hat ihn da rausgeholt. Wo ist der Ball? Klar. Scheiße, Mann. Ja. Ah. Scheiße. Mann, ja. Der wär fast reingegangen. In die Bande, ja. Wegen der Bande, meine ich. Wo ist der Ball? Hä? Bin ich blind? Ach, Mann. Was seid ihr denn für Wichser, ey. Der Ball ist da zu schieben. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin blind. In der Bande. Ich bin blind. Er wird rum. Der Ball ist weg. Ja. Er ist in der Bande. Es hat in der Bande und was wir mit den Ball zu hatten. Ja, das nimmt uns ein Quick. Ich bin blind. Alles betrifft. Oh, dann machen wir das. Fünf zu zwei schon, alter. Ich hab aber auch nie mal gute Mitspieler, ne? Nee, nie hab... Naja, ich will nix sagen. Warte mal. Ach, scheiße. Oh, alter. Oh, alter. Jawohl, ja, aber irgendwie... Vorlage? Nee. War wohl zu weit, da stand ja wieder keiner. Na, oh man. Oh, man. Krieg ich den nicht. Oh, das ist schon knapp, alter. Ja. Oh. Nein. Ja, gut, das hätten wir sowieso niemals gewonnen, alter. Nee. Ja, ich... Das hab ich nicht mit Absicht gemacht. Irgendwie bin ich dagegen gekommen. Ja. Scheiße. Was ist denn der Ball? Ja, das konntest du vergessen, das Spiel, echt. So, das kann weg hier. Ich spiele nebenbei immer noch Samones War. Das ist so ein Handyspiel. Müsst ihr mal ausprobieren, das heißt, aber das kennt ihr bestimmt. Samones War, das ist ein geiles Spiel. Ja. So. Dann können wir hier mal weitermachen. Achso, warte mal, ich gehe mal auf bereit. Ja. Ach, alle sind abgehauen, die waren alle scheiße, meine Mitspieler. Außer der eine, der hat ja zwei Tore gemacht zu Anfang, aber, no. Oh ja. Anschnallen! Ja, warte mal, komm ich da hin? Ach, schalte, nee, zu. Ich dachte, ich hätte nichts tun. Ja, ich dachte, ich hätte nichts tun. Wieder rein. Tor. Schade, ich dachte, das wäre meine gewesen, ja. So. Ja, schade. Au ja. Warte mal, ich muss mal kurz kommen, wenn wir da. Daran kommen. Ja. Ach, schade. Tor. Schön. Von Onni. Zeckt, ja. 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 Ja, war meine Vorlage, ne. Ja. Ja. Ach, schade. Wo ist der Ball, ja? Oha. Alter. Ich glaube, ich habe kein Intrum. Ja. Wo ist der Ball? Ich brauch einen Tor Ah schade Nein Scheiße Ich hole mir erstmal den Tor Ja, also alles Ah, Mann Galant vorbeigespüren Ja, ja Ist der Ball Oh, Mann Wo ist er jetzt? Ja So Ah, schade Jawohl Recht mit der Pudel Ja Jawohl, rein damit Tor von Gepfredor 3-0 Schön 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 Guck mal, wollte die Fazzi noch Ne? Ja Vorlage Jawohl Vorlage Jawohl Ja Ja Das sind aber auch Das sind aber auch nicht gerade gute Leute in der anderen Mannschaft Ja Muss ich sagen Idioten Ja 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 Boah So Wo ist er jetzt? Was ist er? Nitro Nitro Und jetzt hau ich ihn rein Na Schade Ah Mist Das Kriege ich nicht mal die geile Vorlage Nee, ne Nee 3-1 Ja, das schaffen die aber glaube ich nicht mehr Nee So Was sagt die Was sagt das Spiel hier? Gut, ich will mal sehen ob wir den reinkriegen Geht er rein Ah, schade, warte mal Ah, Mist Hab ich den nicht reingekriegt, dich Idiot Das nervt mich ja Hab ich den nicht Freigekriegt Nee Das war mein Fehler, ja Ach, schade Schade Boah, Alter Zerstören die mich hier Hab ich nicht Hab ich nicht Sonst wär er drin gewesen Sonst wär er drin gewesen Immer wenn ich Nitro brauch Hab ich ihn nicht So, einmal da rüber Boah Von Cap'n Brenner So So was sagt die Uhr Oh ja, ist schon vorbei Leider Also ich fand das gar nicht schlecht heute Muss ich ehrlich sagen Auch wenn wir jetzt nicht Ähm Auch wenn wir nicht jedes Spiel gewonnen haben Aber Ach schon Fand ich nicht schlecht Heute Ja, war ganz geil Ah, Mist Ne So, wir haben gewonnen Sehr schön Gut Ich weiß gar nicht Ich glaub wir haben zwei gewonnen Kann das sein? Ja So, meine lieben Freunde Meine lieben Zuschauer Ich hoffe ihr hattet ne Menge Spaß Ich fand das echt nicht schlecht heute Ich hab viele Tore gemacht Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag Eine obergeile Woche Bleibt cool und gesund Und dann bis bald Rian und tüddelü Nun w meillä wird Tod Das ist es